... aber seltener. Also eigentlich sind sie alle einzeln. Wir sind jetzt in der zweiten Etage im Jugendherbergsbereich, wie es euch heißt. Und das Gelände, hier sehe ich das Fußballtor. Genau, jetzt kann man die Tore sehen. Und dahinter geht es noch weiter? Genau, das geht bis zur zweiten Baumreihe. Da muss ich auch ruhig hier reingehen. Also es geht bis zum nächsten Mal.